Willkommen zurück eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic. Wir befinden uns in der Area 52 und wollen unsere Quests weiter fortsetzen. Ihr seht was alles hier noch an Icons auf der Minimap zu finden ist. Elementarenergie, ein paar Sachen sollen wir zurückholen. Mal sehen was wir in dieser Folge alles schaffen können. Ich würde sagen, wir fliegen erstmal nach Norden, also nördlich von Area 52, dass wir dort auch diese Quests dann vollendet haben und uns nur noch um den südlichen Bereich kümmern müssen. Und wir sollen hier diese Erdelementare aufspüren. Die werden wir jetzt mal angreifen. Und ab einer bestimmten Energie des Rümblers können wir den Extrakt benutzen. Okay. Dann hauen wir den um. Und es erscheint ein kleiner zerrissener Splitter. Splitterer. Den hauen wir auch gleich noch um. Und hier ist dann so eine kleine Rune, die Elementarenergie beherbergt. Okay. Und Erdpartikel hat der Rümbler auch noch gegeben. Können wir uns merken. Kann vielleicht sinnvoll sein, das hier als Farmroute für Erdpartikel zu nehmen. Obwohl man immer sagen muss, bei Erdpartikeln ist es sehr schwierig, da die so gut wie nie geballt zu finden sind, diese Elementare. Da immer nur einzeln auftreten. Okay. Fliegen wir erst mal Richtung Süden. Vielleicht finden wir da auch noch Erdelementare für diese Elementarenergie. Das sind nur Neterrochen und diese Schürfer. Da ist wieder ein Erdelementar. Okay. Wir müssen dann immer gucken zwischen den Mana-Gespensten, dass wir die entweder ignorieren oder halt gezielt mitpullen. Ah, verdammt. Jetzt habe ich den Auto-Attack vorher umgehauen. Das ist schwierig. Wir machen mittlerweile halt durch unsere Ausrüstung aus Karazan und so, so viel Damage, gerade wenn wir kritten. Und jetzt kommen halt nur drei Crits hintereinander, wie es nur so ist. Bei manchen Mobs kriegst du nie einen Crits und hier kriegst du einen nach dem anderen. Deswegen. So, jetzt wollte ich da irgendwie noch was wiederholen. Aber das funktioniert hier nicht. Mal, ist das überhaupt die Quest? Was muss ich denn hier machen? Astral-Technologie. Ach, nicht. Hier muss ich nur was einsammeln. Okay. Von den Zaxis muss ich die besiegen. Oh, nee. Was muss ich denn hier machen? Zehn Stück Astral-Technologie. Okay, die braucht er, um die Rakete fertigstellen zu können. Und wir sollen diese Technologie vor denen wegschnappen. Das heißt, die müsste ja hier irgendwo zu farmen sein. Ah, da sind diese Behälter. Okay. Dann nehmen wir das doch hier gleich mal. Während der Schurke hier den Räuber besiegt, klauen wir ihm die Technologie. Was mal wieder einen Vorteil für den Hunter darstellt. Weil ich kann einfach die Astral-Technologie looten, bevor ich den Mob angreife. Da sich mein Pet schon um ihn kümmert. Okay. Lassen wir die Räuber mit ihrer Elementarenergie erstmal kurz beiseite. Und sammeln die zehn Astral-Technologien, die wir benötigen, dass der Chef-Ingenieur hier seine Rakete fertigstellen kann. Und hier stehen überall die Behälter. Wenn die anderen Leute die Mobs hier schon abformen. Das ist übrigens nicht für die Siegel des Zorn-Zorns, also quasi das Pendant zu dem Mal der Saga-Hasta der Aldor, sondern hier kann man Insignien dieser Saxis sammeln. Und die kann man in Area 52 abgeben. Das ist die blaue wiederholbare Quest, die es dort gibt. Und ich glaube, das gibt Ruf fürs Konsortium, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, dafür werden viel oder dafür fahren viele Leute hier die, äh, die Saxis ab, um da Ruf fürs Konsortium zu bekommen. Wir sind derzeit respektvoll beim Konsortium. Und, ähm, ich werde, denke ich, den meisten Ruf durch HC-Instanzen hinzugewinnen. Derzeit sehe ich auch noch keine Veranlagung, unbedingt den Ruf beim Konsortium nach oben zu pushen. Aber wenn, dann könnte man hier mal eine Farm-Session einlegen bei den Räubern. Ich denke, das ist etwas effizienter, als die Obsidian-Kriegsperlen den Nacktwand zu formen und die abzugeben. Müsste man gucken, wie viel man an Ruf bekommt, wenn man, äh, die Insignien, die Insignien abgibt. So, warum steige ich hier nicht verlaufen? Okay. So, mein Pad bitte angreifen, dass ich hier die letzte Astral-Technologie mir einverleiben kann. Okay. Dann hauen wir den Räuber hier nochmal schnell um. Und da gab es sogar schon eine von diesen Insignien. Äh, ähnlich zu den Obsidian-Kriegsperlen sind die Insignien seelengebunden. Das heißt, ihr könnt euch den Ruf beim Konsortium hier nicht erkaufen. Sondern die müsst ihr schon schön selbst fahren. Wenn ihr es denn darüber machen wollt. So, und jetzt hauen wir den Extraktor direkt auf, dass wir hier das Teil auch bekommen, bevor wir ihn umhauen. Und wie ihr seht, jetzt kriege ich selbstverständlich keinen Grill mehr, ne? Das war ja klar. Ah, und diese Elementarenergie können wir hier auch von den Sphären Entartungen einsammeln. Moment. Ich hab hier dieses Teil gar nicht. Also jetzt hab ich mir die Mühe gemacht und den Extraktor ordentlich angewendet. Und dann sammle ich nicht mal die, äh, Elementarenergie ein. Ja, genau. Die Sphären Entartung, ähm, können wir eben auch mit, äh, abfarmen mit dem Extraktor. sieht man allerdings, dass der einen Sturm beschworen hat und dieser Sturm macht auf nahe geliegene Ziele Schaden. Also jeder von den beiden hat seine Besonderheiten und die Sphären Entartung gibt Mana Partikel. Alles klar. Okay, der Rümbler noch, wenn wir den ordentlich machen, ist bitte kein Tritt. Okay, passt. Ähm, dann brauchen wir nur noch einen. Da hinten kommt schon einer wieder angelaufen. Also hier könnte ich mir vorstellen, dann doch die Rümbler zu formen und, äh, vielleicht Ur-Erde als Farmspot anzunehmen. Und dann hatten wir ja noch die, äh, den Abschnitt unten im Schattenmontal, der ja gemeinsam mit den Feuerelementen noch zu finden ist. Okay, letzte Elementarenergie. Wer übrigens Bergbau hat, kann die ganzen Rümbler hier noch abbauen. Da kann natürlich auch noch Erdpartikel drin sein. Dann würde ich sagen, wir geben die Quests in Area 52 ab. Und schauen mal, was wir als nächstes für Quests bekommen. Ich habe jetzt aber noch eine kurze Idee. Wenn wir einmal eh hier sind, können wir doch diese Gegenstände zu Area 52 zurückporten. haben. Ihr kennt ja noch die Ruinen von Arglon vom Farmvideo von dem Malen von Sargerhas. Und hier stehen solche Gegenstände. Wir haben hier einen Geländeabtaster. und sobald wir mit dem interagieren und haben unseren komischen Gegenstand, den ich nie aussprechen kann, diesen Dekonditionierungsapparat oder so, keine Ahnung. Dekonsolidierungsstrahler. Jetzt habe ich es raus, wie man das Teil ausspricht. Damit können wir diese Gegenstände hier zurück nach Area 52 porten. Also die Goblins sind schon so weit in ihrer Technologie, dass sie einfach Gegenstände beamen können. Toll, der hat uns jetzt mit seinem AOE unterbrochen. Müssen wir halt nochmal das kanalisieren. Dann hauen wir die Verdammnismache schnell um. Ist ja alles kein Problem. Und kriegen hier wieder schön mal von Sagerhass. Also wie schon im Video erwähnt, mein Favorit, gerade weil ich halt noch Kirchner bin, wären hier die Artefaktsucher abzufarmen. Einziger Nachteil, man muss hoffen, dass man allein unterwegs ist. Ansonsten wird es halt doch ein bisschen eng. Und ich weiß noch nicht, ob es heilige teuflige Waffe hier mit droppen. Das kann ich noch nicht sagen. Gut, dann hauen wir einen Pentataron einfach noch um und holen uns hier hinten das letzte Gerät noch ab, was wir zu Area 52 schicken. Artefaktsucher noch mitnehmen. Einmal schon hier sind, können wir das auch gleich ausnutzen. Gut, und dann gibt es nochmal den großen Wagen voller Sprengstoff. Okay, die Quest haben wir dann auch abgeschlossen. Dann waren es drei Quests in dieser Folge. Die geben wir jetzt in Area 52 ab. Und dann haben wir auch wieder einen Quest Gegenstand weniger und einiges an Quests abgearbeitet. So, hier unten gibt es jetzt eine Quest zur Abgabe. Ah, und da sollten wir diesen Dekonsolidierungs Strahler abgeben. und wir sollen jetzt Dr. Boom töten. Den haben wir ja schon gesehen. Den haben wir ja schon gesehen, als wir mal vorbeigeflogen sind. Haben natürlich dafür auch wieder eine Bum Bombe bekommen, also doch wieder einen Quest Gegenstand mehr. Aber das macht ja nichts. So, die Elementarenergie geben wir bei ihm ab. Da gibt es wieder Ausrüstung, somit ist die Quest Reihe auch abgeschlossen. Und hier drüben gibt es Wählt eure Rolle. Und das waren die Astral Technologien. Okay. Und auch die Quest Reihe ist abgeschlossen. Da gibt es aber noch eine Fortsetzung. Wir Mittelreich posten. Das ist die erste Bio Kuppel. Und dann sollen wir in der Nähe dort auch die brennende Legion ein bisschen ins Kreuzfeuer nehmen. Okay. Gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir im Nedersturm weiter questen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.